Es ist nur der Hund, es ist ganz was leicht, in Richtung 600, die Rassi liegt ab auf Sie aus. Und da ist Jepscher-Bohrer und setzt sich durch Köln, mit der Kauter-Güßig ist es. Jetzt am Anfang können da Kauter-Frieg-Lass auf der ersten Karte führen, die Lange ist. Und damit hat Schuss wirklich geil, in der Berlin-Frei-Bahn. Und da hat es der Bühne gekonnt, damit hat Berlin-Hass. Hier steht weiter 2-2, Verletzungen zu verbrechen, weil der gebürtige Berliner bei Unions-Rot geworden war. Alle Jugend haben gebraucht, eine Läder-Pilote, der muss und anscheinend auch nicht weiterspielen kann. Runter geht, hat hier oftmals in bremslichen Situationen geklärt und einige dritten sehr laufstark. Das gilt allerdings für beide Mannschaften, für alle Spieler auf dem Platz. Bleibt eine intensive Partie, in der beide die Möglichkeit nutzen wollen, jedoch noch den entscheidenden Treffer zu setzen, anstatt das einen Punkt ist, jeweils drei mitzunehmen. Und die Partie war wahrscheinlich noch verbrochen. Es gab doch auch da in dem Wechselfestival, wir testen uns jetzt auch in der Partie. Ja, und wir klatschen, wir wollen sogar hin, aus der Mittlerpause bei der ersten Lektion. Jorn, letzte Woche haben wir gewechselt, Vorbereiter zu unterscheiden 1-0 in Hoffenheim. Vielleicht spielt er in Heidenheim ja auch noch eine Rolle. Lange Ball von Fuchs auf die linke Seite raus, auch vertesten wir, hoffentlich an den Ball. Das ist jetzt im Moment wenig strukturierend, aber vielleicht jetzt über die rechte Seite klang. Also, es bleibt aufregend, sind noch sieben Minuten, sonst nach Spielzeit an der alten.